Jetzt kommt der Deklinationssong. Tom hat mir mein Geld geklaut und mir meinen Tag versaut. Der hat hier mein Geld gestohlen, Tom, ich sag es unverhohlen. Weißt du, welcher Fall das war? Nominativ, das ist doch klar. Domen kannst du Deklinieren, hey, das musst du ausprobieren. Fragen musst du, wer weh'n was, dann macht Deklinieren Spaß. Saschas Pudel hat gebissen und in Omas Beet geschissen. Wessen Pudel hat's gemacht? Saschas Pudel heute Nacht. Weißt du, welcher Fall das war? Nominativ, das ist doch klar. Domen kannst du Deklinieren, hey, das musst du ausprobieren. Fragen musst du, wer weh'n was, dann macht Deklinieren Spaß. Niklas schenkt der Pia Geld, weil er viel von Pia hält. Wem gibt Niklas seine Kohle? Pia, dieser schlauen Sohne. Weißt du, welcher Fall das war? Dativmensch, das ist doch klar. Domen kannst du Deklinieren, hey, das musst du ausprobieren. Fragen musst du, wessen weh'n, das ist überhaupt nicht schwer. Ein Name noch. Lena will sich Schuhe kaufen und damit nach Rio laufen. Was braucht Lea für die Reise? Neue Schuhe, möglichst leise. Weißt du, welcher Fall das war? Ankurativ, das ist doch klar. Domen kannst du Deklinieren, hey, das musst du ausprobieren. Fragen musst du, wer weh'n, was, dann macht Deklinieren Spaß. Domen kannst du Deklinieren, hey, das musst du ausprobieren. Fragen musst du, wer weh'n, was, dann macht Deklinieren Spaß.